Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von GoonieCon und Rainman. Also Goonieman, wir sind wieder am Start in einem neuen Level und wie immer präsentiert euch der gute Rainman. Seine neue Mode direkt aus Italien. Rainman, was ist das auf deinem Kopf? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es ist eine Pizza. Und weil es eine Pizza ist, konnte ich nicht Nein sagen. Oh yeah. Oh yeah. Was machst du? Was machst du? Nicht ich. Schau dir das mal an. Warte mal schnell. Geh mal weg. Hier mal auf dem Eis. Lockerlässig. Abnetzen. Yeah. Come on. Okay. Okay. Also wir starten. Was ist denn? Ich glaube wir müssen da nach oben donnern. Ja. Wow. Was war das denn für eine geile Aktion hier? E-Sports. E-Sports? Äh. Zieh die mal weg. Jetzt kann ich da irgendwie durch. Ich kann da durch. Äh. Und ich auch oder was? Ja kommst du runter. Ja ich komm runter. Woop. Boing. Tsch. Das ist schon echt geil. Mit diesen coolen Geräuschen. Boing. Tsch. Puh. Ähm. Kann ich hier runter? Ja ich kann hier runter. Okay. Oh. Entschuldigung. Wenn man das nicht sieht ist das irgendwie... Ja das ist echt eine Herausforderung für sich. Okay. Die Grotte also. Ähm. Ja. Äh. Ja wir sind ja in der Grotte. Du hast absolut recht. Das müssen wir natürlich noch erzählen. Ähm. Ähm. Was ich denn tue? Was hast du gemacht? Oh. Wie geht das schon? Du darfst nicht in diese diamanten ähnlichen Dinger... Allett. Klar. Du ich lass mich hier mal hoch schiessen. Ich schiess damit. Oh. Äh. Nein. Verdammt. Da kann ich ja jetzt stehen. Da kann ich ja jetzt stehen. Äh. Aber wie geht das denn jetzt mal? Wir kommen wieder in die... Wie geht das denn dann weiter? Äh. Achso. Äh. Aber für was ist denn... Warum bist du denn vorhin gestorben? Weil ich da... Ich bin... Du musst dazwischen... Oh. Uh. Du musst dazwischendurch hüpfen. Warte mal schnell. Ich hole noch kurz diesen Nugget da oben. Ist ja klar. Mach mal auf da. Mach mal auf. Okay. Also ich muss einfach... Oh. Nein, du musst hier nicht. Nee, du musst so mitten durchspringen. Aber für was ist denn... Für was ist denn der hier? Ja, damit du den Würfel hoch schiessen kannst. Aber wofür? Ich weiss ja nicht. Für ein Bonus-Level eventuell? Mach mal auf. Dann müsstest du ja zuerst hochkommen. Mach mal auf. Mach mal auf. So. Oh. Ach, ich muss natürlich... Moment. Nee. Was machst du denn? Du musst einfach den Würfel fangen. Ach, clever. Clever. Aber... Irgendwie hat es mich... Zermanscht. Warum hat es dich jetzt... Zermanscht? Ja, ich wurde hier hinten groß und ich hatte keinen Platz. Aber wofür ist... Wofür ist das? Ach, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich müssen wir den da unten durchschieben. Aber das bringen wir... Ach, so ist das. Jo, mei. Ach, der hat gut gemocht. Äh. Aber, äh. Was? Moment. Ich wollte dich gar nicht packen. Ähm. Alter, dieser Start ist echt für die Füchse. Für die Füchse? Oh, okay. Wieso hat das... Jo, wir mussten gemeinsam... Keine Ahnung. Oh. Oh, la. Ach so, wenn man da nicht sieht, wo man... Das ist echt, echt schwierig. Das ist echt eine Herausforderung für sich. Ähm. Schmeiss ich da mal nach oben. So, was passiert? Oh, ich kann dich hier Hupfen anlassen. Oh, mein. Meine Hüte. Wahrscheinlich müssen wir... Ich kapier's immer noch nicht. Ich hab ne Idee. Was müssen wir denn... Du musst nicht draufbleiben, damit das nach oben fährt. Richtig? Äh, doch. Runterfährt ist von... Runterfährt ist von selbst. Hoch nicht. Aber, aber, aber sag mal... Kannst du noch mal ganz hoch fahren, bitte? Sag mal, warum geh ich denn nicht einfach hier... Warum gehen wir nicht einfach weiter? Bitte, bitte, fahr mal ganz nach oben. Wir können ja nicht weiter. Wieso nicht? Wir können doch da einfach unten durch. Okay, hör zu. Komm so schnell wie möglich zu mir runter. Ja, und dann? Loslassen und zu mir runterkommen. Oh, E-Sports. Ungefähr so. Warte mal, ich komm mal rüber. Ich komm mal rüber. Äh, geh durch. Ja, aber ich glaube, wir müssen nach oben hier. Wir müssen ja von oben durchdonnern. Also, oder nicht? Ich glaub, du kannst es einfach... Oder müssen wir einfach gemeinsam wieder hier... Ja. Okay. Also, äh, los. Meinst du nicht, wir müssen... Was müssen wir? Ich, ich... Komm mal rüber. Ich kapiere nicht, was du willst, ehrlich gesagt. Von oben runter springen, damit wir mit mehr... Ach so. Ja, aber das kann mir... Das kann ich gar nicht ausschalten. Ne, ich meine jetzt... Ach so. Echt nicht? Kommst du da nicht durch? Ne. Was? Nein, da kann ich rüberlaufen. Ja, ganz sicher. Ach ja, du wolltest ja vorhin auch rübergehen. Ja, dann müsste es ja schon so klappen, irgendwie. Wir müssen einfach echt miteinander. Auf drei. Pizza, bist du in Ordnung? Bereit? Ready to go? Ja, ich bin bereit. Zwei. Los! Den musste ich bringen. Den musste ich bringen. Okay. Drei, zwei, eins, los. Perfekt gemacht, E-Spots vom Verein. Ja, du warst zehn Minuten zu früh, aber schon okay. Wird der zerdampfen? Nein, der wird er nicht. Nee, nee. Oh! Äh, ich komm nochmal. Äh, wir haben nämlich ein Leben, hab ich gesehen. Weiss zwar nicht warum, aber... Das bringt nicht viel bei uns. Komm, schmeiß mich da mal nach hinten. Äh, ich würde... Ich kann dich... Ich kann dich nicht... Ach so. Ich kann dich nicht greifen. Dankeschön. Ganz ehrlich, dein Pizza Hut finde ich schon... Nein, du musst doch noch warten. Äh, Entschuldigung. Ich mag Pizza. Äh, äh, warum? Du musst mich vielleicht auch noch auffangen. Also, bereit? Jo. Bist du bereit? Jo. Jo. Vielleicht etwas früher... Und reingemalt. Soll ich dich rüberdecken? Schmeiß mich nach rechts, bitte. Oh! Oh, hola, alles easy. Aber jetzt, das ist wieder mühsam. Ich kann nichts sehen. Äh, ich spring da mal und versuch direkt... Bei dir... Ach so. Da können wir also easy peasy... Ach, das sah jetzt lustig aus, weil ich konnte es sehen. Ich dachte mir so, äh, ja. Kommt doch einfach. Da können wir jetzt also easy draufstehen. Das check ich immer noch nicht so ganz. Äh. Das ist echt wieder, äh... Du verstehst schon, das mit dem Teamwork. Äh. Man, man. Stopp! Stopp! Drei, zwei, eins. Go! Pizza! Go! Go, go! Das bricht doch nichts. Ich glaube irgendwie, wie das... Das haben wir, glaube ich, verkackt. Hätten wir da oben noch einen Würfel oder so mitnehmen müssen? Nee, ich hab ne Idee. Ah, das war jetzt der Wahnsinn. Oh, wie geil. Jetzt weiss ich auch, wie das geht jeweils. Oh, oh. Ich... Ich, ich ahne ganz übel, dass das ein Zermanschen sein wird. Ein Zermanscher? Ja. Schau mal, das ist doch bestimmt irgendwas, das zermanscht. Siehst du? Ach so. Also gut. Warte, warte, warte. Ja, aber wie soll ich denn... Du musst sofort losrennen, mein Freund. Okay, okay. Ja, E-Sports, E-Sports, kein Thema. Äh, da oben schaut's mir nach einem Bonuslevel aus. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ja. Ich bin hier. Das da oben, das schaut mir aus wie ein Bonuslevel. Ja, da... Nicht Level. Entschuldige. Da hat er ein Auge. Schon wieder ein Bonuslevel. Ein Bonus... Äh, Frau. Oder was auch immer. Dafür hast du echt ein Auge. Ja, gut, äh... Sohn ja alles Profis, ne? Ja, das war ein bisschen zu früh. Jetzt hat es mich zermanscht. Ähm, warte... Warum hat es mich jetzt zermanscht? Ja, weil das Säure ist. Ach, das ist die Lava da unten. Natürlich. Komm mal, von... Renn mal von hier links so hier rüber. Was? So? Ach, verdammt, ich war zu früh. Okay, okay. Ich renne lauflos, okay? Ja. Bäh! Ah, Mist. Das war's mit Goonikon. Müsstest du... Was wäre denn nachher das Ziel? Du musst, glaube ich, da oben den Hebel betötigen dann. Oh ja, also versuchen wir noch einmal. Okay, drei, zwei, eins... Ich gehe... Und BÄM! Oh. Zu viel gerannt. Voll in die Donne reingedonnert. Bist du... Ach so. Bist du bereit? Soll ich noch springen? Soll ich noch ein bisschen springen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's mal. Ich gehe los und... Oh! Oh! Nochmal! Ja, eSports. ESports. Nochmal. Ah, du musst dann gleich... Ja, das ist schon der richtige Weg. Ich idiot. Aber das ist schon der richtige Weg. Ich hätte da oben noch ziehen müssen und rüberspringen. Das ist... Und gleich weiter. Ja, nee. Und wie kommst du jetzt nach? Da drüben hat's nochmal so ein Teil. Was ist gut denn? Rechts von dir. Ach so, da. Ja. Nochmal, nochmal. Du musst echt beim rüberspringen. Ja, ich hab's... Ja, ich hab's... Sonst geht's echt nicht. Warte mal schnell. Ja, die kannst du nicht. Oh! Geh mal zuerst hoch. Ja. Oh! Das war knapp. Das war echt knapp. Ja, das war echt knapp. Spring! Spring! Was ist das denn? Das ist das Teil hier. Was ist das denn noch? Ach so. Okay, ready? Go! Jetzt bin ich... Also, ich bin nicht gesprungen. Ich bin irgendwie hängen geblieben. Das ist ganz echt jetzt. Echt? Das hat auch geil ausgesehen. Du bist da einfach mal... Ha! Bist... Mensch. Entschuldige. Hast du gesehen, wie wenige Nuggets wir haben? Ja, die müssen wir auch wieder einsammeln. Aber warum... Was machst du denn? Warum... Ich... Da springt er irgendwie nicht richtig. Aber was... Ich verstehe nicht ganz, was du machen willst. Ja, einfach hier und dann so rüberspringen. Ach so. Das wäre mein Versuch gewesen. Okay. Jetzt sammle erstmal, zieh das alles rein. Und da soll ich mich hier opfern und da mal runterspringen? Ja, aber ich glaube, da musst du länger dranbleiben, sonst... Das geht so nicht. Äh... Ich versuch's mal. Ich versuch's, aber ich glaube... Ach ja. Siehst du, das klappt dann nochmal. Ja, ja komm. Du musst einfach direkt hinterher springen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Wie? Ich fand die drei echt der absolute Hammer. Aber das nervt mich jetzt. Komm, das wollen wir jetzt schon noch reinziehen, oder? Was ist denn, wenn wir beide... Schmeiß mich doch mal... Schmeiß mich nochmal rüber. Schmeiß mich nochmal rüber. Ich glaube, das geht so nicht. Doch, doch. Du bringst mich da schon noch nicht zu. Ja, genau. Okay. Wenn wir beide... Entschuldigung. Wenn wir beide stehen, mal auf der drüben rein. Nein, nichts da. Nein, nein. Nichts da. Schieß mich nochmal hoch. Oh! Oh lala. Ach so. Aber das müssen wir... Warte nochmal. Schieß mich nochmal hoch. Oh! Warum kann ich denn nicht einfach hier so... Oh, das reicht. Du musst wahrscheinlich sehr, sehr spät abspringen und ich muss dich auffangen. Ach so ist das. Vielleicht. Oh Mann. Das könnte funktionieren. Das testen wir. Oh Mann. Ja, du hast da etwas entscheidendes vergessen. Das üble Gefühl. Ja, aber was machst du denn? Ja, nein, nee. Das Geld ist ja natürlich... Ich zieh mir die Nuggets. Ja, nee, ist schon klar. Die Nuggets sind ihm wichtiger. Das üb... Ja, was? Ohne Scheiss. Den einen Nugget, den sollte ich... Den sollte ich schon schaffen. Oh Mann. Das üble Gefühl, wenn du weisst, du hast... Gut, er segelt. Da war ein Verwand. Das üble Gefühl, wenn du weisst, du hast den wichtigsten Part verpasst. Aber ohne Scheiss. Ich drücke da echt. Also es ist nicht so, dass ich nicht drücken würde. Das ist echt... Ich muss noch ein bisschen mehr Zeit geben. Jawohl. Und jetzt... Versuchen wir es. Du bist ein Genie. Das hat echt... Aber warum donnerst du mich denn da rein? Das war noch ein Spaß. Das ist ja überhaupt nicht lustig. Okay. Verlieren wir eigentlich Nuggets, wenn wir sterben? Ich meine, wir können die ja wieder einsammeln. Aber können wir hier richtig die Anzahl? Vielleicht. Habe ich mich noch gar nie geachtet. Weiss ich nicht. Aber das würde erklären, warum wir so unglaublich gut sind. Ja, vor allen Dingen, warum wir so viele Leben uns erspielen. Der Pizzamann. Das gibt ein zweites Leben. Wo ist das Leben? Jawohl. Oh yeah. Dancen, dancen. Yeah, yeah, yeah. Warte, warte, warte. Nein, ich will dancen, dancen. Das wird mir sowas vom verprassen. Ich nutze es voll aus. Dancen doch mal. Okay, los geht's. Du hast die ins Hirn geschneit. Äh, ja. Ein bisschen. Vielleicht schon. 4, 0, 2. Bonuslevel? Bereit? Nein, nein, nein. Keine Bonuslevel. Nö, nö, nö. Die Grotte Nummer 2. Okay. El Grotto. Boah, das ist echt, wenn man dann jeweils nicht sieht, wo man hin geht, das ist echt, boah. Das ist echt scheiße. Sag mal, darf ich dich mal was fragen? Du darfst mich fast alles fragen. Du siehst ja jetzt die Fahrten nicht. Das ist richtig. Und warum siehst du denn da eigentlich, wo wir durchmisten? Weil wenn du... E-Sports. Nee, einfach keine Ahnung. Du bist ja der Farbfinder von uns. Das sieht ja eigentlich alles gleich aus. Nun ja, also ich meine so... Nicht ganz, natürlich nicht ganz. Ich meine, so viele Wege gibt es ja zwei. Ja, aber siehst du denn, siehst du denn, wenn jetzt der Hintergrund... Also, die vorderen Dinge heben sich vom Hintergrund für dich ab. Das schon. Ja, also 3D sehe ich schon. Das schon, okay. Also das ist nicht... Oh, Mann, 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 Mann. Meine Rode. Mann. Ähm. Äh, warte mal. Was ist passiert denn? Ach, so ist das. Ui. Oh, das war aber ordentlich... Und hier und jetzt? Okay. Und jetzt? Warte mal, wenn ich jetzt loslose... Ja, und dann? Dann kommst du auch hier hoch. Jetzt musst du mich aufankommen. Du musst mich aufankommen. Ja, 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 ja. Dankeschön. Hier und jetzt? Absetzen. Kann ich dich da hoch... Oh nein, das kann ich nicht. Warte mal, du musst... Ja, wir müssen schon da hoch. Du musst mich hier auf das Teil drauf schiessen. Also gut. Bis du... Nein! Äh, ach so, doch. Ja, ja, natürlich. Oh, da oben hat es auch nochmal einen Hebel. Äh, Entschuldige. Uff, das war knapp. Hebel die ein. Sehr gut. Äh, ähm. Jetzt musst du rechts wieder runterkommen. So. Ich will mir keinen hebeln. Mist, entschuldige. Hab ich es für dich gemacht. Aber, aber schön wie du mich noch... Schön wie du... Rayman. Reiss dich etwas zusammen. Rayman. Oh. Oh. Gerade noch aufgefangen. Oh nein. Oh. Hol es dir. Ich hole ihn mir. Spring. Oh, ich war zu fett. Jetzt wäre ich beinahe... Ja, tu es nicht. Auch runtergedonnert. Schön warten, schön warten. Warte mal schnell. Also, ich glaube, ich muss erst mal den Würfel hier hinten losschieben, nicht? Äh, nee. Ja, aber... Wie soll denn? Nö, nö, nö. Okay. Also nochmal, du machst dich dick, oder? Mhm. Ich glaube, ja. Und du musst dann einfach voll reinspringen. Ich hole mir den ersten, du den zweiten, ich den dritten. Du gehst wieder zurück. Oder? Jetzt spring, mein Freund. Ja, das schaffe ich nicht. Oh, was machst du? Äh, ich glaube, wir müssen hier den Würfel hier hinstellen. Aber wie geht das? Oder warte, 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 warte. Lass mich mal regeln. Hol das erste. Ich hole das zweite. Tu das. Äh, hol ihn, hol ihn. Oh, iiiiih... Spreysports, fang mich auf! Oh, nein! So. Oh, man, dieses Spiel, ich sag dir. Dieses Spiel ist der absolute Renner. Ja, der, der war echt geil. Aber, aber, wie, was, für was ist denn hier, wie serviert du hier? Wie zum Geier komm ich denn? Vielleicht musst du mich hier auffangen. Komm mal. Ja, ich komm dich auffangen. Ja, das könnte, das könnte klappen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Natürlich. Doch, es klappt. Und jetzt? Ach so. Und dann, lass uns schieben. Den haben wir jetzt echt versendet. Zurückziehen. Können wir irgendwie nicht. Ohne Scheisse. Warte mal. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaub. Das ist nicht dein Ernst. Ach, jetzt. Dann löst er es einfach cool gemacht, der Junge. Ich dachte schon, dass das jetzt nicht mehr geht. Oh, Gott. Das wäre dann ziemlich mühs. Äh, lass mich mal kurz noch hier hochkommen und boing, boing. Du verstehst schon. Drei, zwei, eins, go. 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 Ich glaube. Das müssen wir doch wieder so lösen, wie vorhin. Wir müssen von hier oben runter springen. Ach, ja. Okay. Boing. Ja, danke, dass du mich noch wegschmeißt. Oh, das ist wieder so einer, der, der, da kommst du hoch. Oh, bitte. Uh, komm mal schon kurz. Äh, warte mal schnell. Ich geh mal runter. Aber, aber warte, warte. Ach so, ja, 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 ja. Ich seh schon. Äh, kommst du bitte auf meine Seite. Entschuldige. Warum hat es mich jetzt hier zermanscht? Kommst du bitte mal rüber? Weil ich zerschlüsse. Ja, eben, darum sag ich. Ach so. Warum, warum, warum bist du so dumm? Kannst, kennst du das? Entschuldige bitte. Deine CD, Tic-Tac-Toe, kennst du die noch? Kannst du das bitte, äh, für dich behalten? Tic-Tac-Toe, er war der grösste Fan, den ich sie je gegeben habe. Das war ich nicht. Ne, das stimmt jetzt wirklich nicht, aber du hattest die, was weiss ich noch. Ja, ja, und ich hab die echt viel gehört. Ja, die waren ja auch super. Ja, da, die hatten aber... Ich weiss gar nicht, was die jetzt machen. Die hatten aber auch, äh, den absoluten Rain-Main-Song. Verpiss dich! Du bist ein Arsch. Sag mal, aber jetzt, oh Scheiss, ich muss doch da oben... Ja, genau. Und jetzt... Moment, ich komme auch noch so... Und jetzt schmeiß mich hier hoch. Oh, noch mal, noch mal, noch mal. Ja, und jetzt... Nein! Das darfst du nicht. Oh Mist, das darf ich nicht, darf ich nicht. Aber, aber... Ach so, ich gehe runter, ich gehe da runter. Und ich gehe dann so rüber. Und jetzt kommst du... Komm ich hier durch? Nee, nee. Ähm, muss ich hier hinten rum? Ja. Dann schieben wir, bis es kein Morgen mehr gibt. Ja, aber... Ja, er holt noch schnell die Nuggets. Nein, warte doch schnell. Es geht echt nicht. Ja, jetzt hat es mich fast zermanscht. Ja, ich hole noch schnell die Nugatis. Und jetzt... Nein, das da drüben. Das da drüben, das ist doch sicher wieder irgendwie... Nein, das war falsch jetzt. Ja, genau. Oh, oh. Oh, da bin ich spitzenklasse. Das kann ich dir sagen. Es gab da so eine Stelle. Bei Slaps and Beans. Das ich ja... Gespielt habe. Kam mir zu oben. Da gab es so eine Stelle. Ich komme, ich komme, ich komme. Warte mal. Du musst auf das zweite, glaube ich. Bleib du, bleib du oben. Ich mach mal kurz klein. Da gab es so eine Szene mit so einem Level, mit Laser. Und das war... Oh, oh, oh. Oh, lala. Und das war echt... Ich muss springen. Das war echt... Da musst du hin und her springen, Uben, glaube ich. Echt? Ah, aber auf die andere Seite Ja, und da hat es ihn zermatscht Da gab es so ein Level Mit solchen Lasern Und das war echt auch Einfach nur scheisse Weil da war ich echt Mindestens eine halbe Stunde War ich nur in diesem Level Und das war echt Der absolute Horror Ich habe es geschafft Warte, ich gehe zuerst weg Ja, machen wir mal klein Ja, aber wie komme ich denn jetzt Achso Easy Sports Was war das? Oh, Mann, 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 Mann Wie schon gesagt Das ist meine absolute Stärke Dafür, dass du früher viele Sachen Arcade-Spiele gespielt hast Bist du echt eine misse Niede Ja, mach du mal selber weiter Na komm schon Strom Ja, nur wie Äh, du musst einfach zu mir hochspicken Ach ja Äh Mir läuft da eine Fliege über Hast du wieder Mutanten? Ja, es geht echt wieder los Äh, du müsstest jetzt vielleicht Bist du bereit? Dankeschön Oh, Entschuldigung Ich wollte dich da nicht mehr langschmeissen Ähm Hopp Lass mal Du musst da nicht Entschuldige Entschuldige, ich wollte auch ein bisschen mitmachen Ja, ist schon klar Aber, äh, du hast Jetzt musst du es machen Du musst schon ziemlich dick sein Was machst du denn? Bleib da Ich weiß Das schiesst dich dann automatisch hoch Achso Okay Ich bin mal hier Aber wieso Wieso lässt du dich nicht ganz nach oben Schießen Äh Was machst du denn? Ich wollte dich nachher noch Du kannst das einfach Einfach warten Einfach abwarten Das wird schon Ähm Glaube mir Das wird schon Okay Hallo Oh nein Jetzt hab ich es verkackt Okay, warte nochmal Warte nochmal Du musst mich echt anfangen Du hast schon recht Oh Obwohl Ich glaube das hat schon gut funktioniert Ja, aber das Es ging nicht mehr höher Du musst Oh Du musst auch Zu mir hoch springen Komm Ich muss dich auffangen Und dann hochschmeißen Was ist genau unser Plan? Spring runter Wann? Jetzt Spring zu mir runter, Peter Jetzt muss ich dich aufnehmen Wie kann ich dich aufnehmen? Oh, ja, okay Das hat auch schon Gut geklappt, finde ich Und Boink Nee, spring nochmal rund Verdammt Nein Oh, das ist aber echt Wieder Das ist wieder Echter E-Sports Würde ich jetzt mal sagen Trickry Nein, nicht trickry Ähm Jetzt müssen wir noch kurz Das Level fertig spielen Und dann Ja, und wie komme ich rüber? Würdest du da mal Den Hebel drücken Rechts, bitte? Ach ja Ach, verdammt Ich kann hier nicht mehr zurück Nein, das ist schon gut Jetzt gehe ich da hoch Und spring dann Was machst du denn? Ich wollte diesen Diamanten Von da aus kann ich dann rüberspringen Aber wie komme ich denn jetzt da? Ich wollte nochmal diesen Diamanten Wie komme ich denn? Du bist wieder tot? Ja Aber jetzt hilf mir doch mal Wie komme ich denn jetzt da Nach oben? Warte, warte Das ist kein Problem Kein Problem Ach, ich weiß wie Ich weiß wie Sag ich mal Ich muss mich klein machen Spring, mein guter Freund Okay Okay Das war jetzt mal Okay Noch ein hoch Nee Oh Mann Mann, Mann, Mann Das war So, jetzt Boing Oh, was ist das da? Oh, geil Oh Hol du mal das Zeug da Da bist du besser als ich Ich konnte nicht mehr springen Echt nicht Wenn das Ich weiß Teilweise ist das echt Teilweise ist das echt Eine ziemliche Herausforderung Komm, ich saug das Zeug für dich an Hol ihn dir Hol ihn dir Okay Ich dachte, dass das kommt Aber ja Hast du schon richtig gemacht Komm, ich habe da noch was für dich Da oben hat es noch was für dich Da oben hat es noch was für dich Ach ja Warum Echt jetzt? Das ging echt nicht Komm, schmeiß mir noch mal Okay, wir müssen von hier oben Ö Deshalb haben wir nicht Platz zusammen Müssen wir den echt abschreiben jetzt? Du musst ihn noch ziehen Ja Kein Thema Kein Thema Hey, guck mal Entschuldige Entschuldige, es war einfach notwendig Was ist das denn jetzt wieder gewesen? Okay So, jetzt schmeiß ich dich Komm, wir müssen uns etwas beeilen Denn die Folge ist schon viel zu lange Ja, wir haben ja aber schon lange nichts mehr hochgeladen Richtig Ähm, ist die runter Ja, schmeiß mal runter Oder rüberschmeiß Was ist denn jetzt los? Nee, schmeiß mal runter Warum geht das auf da? Was geht auf? Ja, warum bewegt sich da die Oh Ich hab dich erwischt Warum geht das? So ist die Nackenzahlung Ja, kannst du mich bitte wieder lebendig machen? Ja, ich konnte nicht Du warst unter dem Teil Warum, ähm Warum fährt da Oh Äh Ja Mach's gut, ne? Bis dann Ähm Ja Was, warum? Ja, ich dachte, es wäre eine Lösung Wenn du vielleicht dick bist Ja, wir können auch einfach durchgehen Warum bist du jetzt nicht durchgekommen? Äh Was, was hast du denn jetzt? Warte, warte Du bist doch ein Cheater hier Das gibt's doch nicht Aber Warum konntest du jetzt da einfach durch das ganze Ding durchquatscheln? E-Sports Ja, ne, ist klar E-Sports Okay, Freunde Dance on Erstmal die Nuggets einsammeln Das wollen noch mal nicht Nuggets, Nuggets, Nuggets Nuggets, Nuggets, Nuggets Das gibt noch mein Leben Wuhu Ne, gibt's nicht Äh Wieso gibt's denn jetzt kein Leben? Egal Hauptsache Abdänzen Yeah, yeah, yeah Komm, hol doch mal alles raus, Rainy Wuhu Wuhu Schwing meine Backen Okay, und an dieser Stelle Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Für den fetten Support Vielen Dank Ballert den Like-Button Uns wird es freuen Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und Tschau Aus der Welt von Gunikon und Rayman Tschüss zusammen Tüterlü Meine Freunde Ich entzog den noch kurz Tüterlü